Herzlich Willkommen zur Verlosung eines weiteren Celebration Sets unter all meinen Bestellern. Meine Glücksfee ist Michelle. Hallo! Scheiße! Da unten ist er los. Topf? Ey, ich dachte du nimmst das nächstes nochmal ein. Nein, wieso? Das ist ja eine Originalverlosung. So möglich habe ich jetzt einen Hintropfen. Und der Winner ist Ute Hüls. Herzlichen Glückwunsch Ute! Hurra!